Also meine lieben Freunde des Tages, wir werden heute bei schönem Wetter natürlich in die Reithalle gehen. Aber nein, wir werden auch in dem Fall da auch nicht draußen sein. Nur leider haben wir die Reithalle nur bei diesem Wetter bekommen. Wollen wir dort im Winter eine Show machen und da wollten wir wenigstens einmal drin sein vorher, einfach so, und weil es Spaß macht. Und heute darf nämlich mal Gretel einen Ausflug machen. Wir haben ihr nämlich versprochen, dass wir mal mit ihr zusammen einen Ausflug machen werden. Und ja, wir haben schon alles vorbereitet, alles drin. Jetzt kommen die zwei Mäuse rein. So, also Lenny ist gerade voll gut wieder rein gegangen, so wie immer, nee. Aber die kleine Gretel, die hat er, wollte nicht direkt rein. Aber jetzt sind sie auch ganz lieb. Tschüss, wir kommen gleich schon wieder. So, wir fahren jetzt los. Die Pferde sind im Hänger und dann sind wir mal gespannt, wie das da ist. Erstmal holen wir jetzt noch ein paar Leute ab. Oh nein. Oh, der Lenny, der freut sich ja schon. Hallo. Hallo. Na, wir sind schon da. Das war kurz, ne? Das war sehr kurz, im Gegensatz zum Urlaub. Nur 10 Minuten? Ja, ihr kommt jetzt raus, natürlich. Nee, ihr verpresst euch dagegen. Wir haben so schöne Ziele. Wetter und was machen wir? Wir gehen in die Nadel, wir sind doch nicht dumm. Egal, wir bleiben nicht so lang. Schaut, das ist die Halle, wo wir im Winter eine Show machen dürfen. Also, meine lieben Freunde, hier sind wir im Winter anzutreffen, aber natürlich in der Halle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020